aber funktioniert ja pietatel los ey halleluja richtig umso größer halt das Spawnfeld ist da unten umso mehr Spawnraten oder umso mehr Spawns kriegt man halt da von Pops und was weiß ich was das ist halt alles jetzt ein bisschen klein, schnuckelig, niedlich auf meinem Server ist das ganze dann um vier mal größer er kann man ja noch ausweiten irgendwann wenn man es braucht wir haben auf jeden Fall erst mal unsere Monsterfalle voll in Betrieb und da werde ich auch gleich noch eine kleine Veränderung vornehmen ja hier oben haben wir nämlich noch ein paar Kisten, da nehmen wir zwei Stück und da schmeißen wir uns da unten gleich mal eine Lootkiste mit hin was machst du hier für ein Loch? ja machst du einen Keller? ach so die Schaltung ja ohne Grund bin ich hier nicht ey ähm so so die muss ich einmal eben dörten die Dörte? okay so jetzt müssten ach ja die Kacke so das muss mal zu so ah ne so jetzt müssen beiden Türen zu sein, gut so gefällt mir das ähm mir sitzt das hier gut da kommt ne ganze Kavalerie Zombies an ah drei Zombies da muss ich auch mal kurz das hier rausreißen äh ja das diese Monster da so komisch rumzucken das ist halt wirklich liegt am Server das ist leider ein Bug in der aktuellen Version ich weiß nicht ob es in Bucket liegt oder an äh an Vanilla äh am normalen Server man müsste mal gucken ob es eine aktuelle Version gibt so wir sollen uns mal hinlegen weil dunkel und so ja ich komme ich krieg da unten nicht wirklich was mit ja ich versuche jetzt irgendwie unten da die Schaltung eigenermaßen hinzukriegen no ähm noch geht aber nix ne nein ich habe ja auch noch keinerlei Redstone gelegt ne ach so ok ähm dann schließe ich ja ja das wäre gut fantastisch bis jetzt ist noch nix in Flammen aufgegangen also klappt das auch mit der Lava schön ähm du kommst mit ach hier kommen wieder ein paar Zombies an hallo Freunde der Nacht und noch einer hallo wenn mich jetzt nicht alles täuschen dürfte müsste das jetzt eigentlich funktionieren so wieso funktioniert das nicht ach ich weiß es nicht ich werde dann aber gleich mal wieder ein bisschen in die Mine gehen ähm und mal schauen ob ich noch ein zwei Diamanten finde weil oh was das war ich ja Batsch ob ich den Weg wieder runter finde ich weiß es nicht oh Mann ich hasse Redstone Scheiss Schaltungen so immer wieder zu verzweifeln wo ging es in die Mine hast du ne Ahnung ach so hier hoch und dann erst mal zum Monstersporn und auch ging es ja irgendwo runter da bin ich hier wieder total falsch was war das denn jetzt bitteschön bei mir gerade was ein riesengroßer Bug Bug? ich bin hierher gekommen wieso was hast du gehabt? superschnelle Türschließer supergeil ok oh jetzt bin ich am Ausgang ich wollte doch gar nicht zum Ausgang ich wollte doch zum Monster ich muss erst mal wenigstens eine Tür gerade eben hinkriegen warum geht die scheiß Redstone Fackel nicht aus? ah ich hasse das juhu ich bin draußen aber da wollte ich gar nicht hin ich muss mal von der Umbad sehen ey ich muss mal das hier einreißen eben ich muss mal die Verlaufsdinger hier ich kann mich perfekt verlaufen also das habe ich richtig drauf in Perfektion ich glaube ja jetzt habe ich den Weg ähm das muss einmal weg hier hier hin ich glaube ich bin richtig oh na egal muss jetzt halt so bleiben eben zack 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 und zack wo komme ich jetzt rauskommt nee ich glaube ich bin doch falsch h auch um gut dort funktioniert ich habe ich schon nicht hatten schlimmeren Orientierungssinn wie eine Frau hier unten ist Wasser hier waren wir noch gar nicht hier ist noch nicht mehr ausgeleuchtet ich habe einen Weg gefunden wo er nicht mehr ausgeleuchtet ist äh ich muss mir jetzt gerade einmal testen naja bleibt ja die eine Tür konstant ja auch verdammt einmal hier hin ähm da hin da hin zack 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 so jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen Licht ah man sieht langsam wo es hingehen soll zu ach endlich weg dieser scheiß Wasserfall hier diese unterirdischen Dinger die ihnen nerven und jetzt geht das hier nicht mal mehr weiter oh alles umsonst aber Kohle ah ne scheiße jetzt geht die Tür au die eine schließt ordentlich ok das passt wo muss ich hin klappt das so trallali und trallala und trallala lalalala ha ich bin beim spawner angekommen ähm muss da dran anschließen um muss einmal hier hin wieso habe ich das dann weggemacht die zwei da runter ich glaube da bin ich so so ein bisschen richtig jaja funktioniert perfekter das ist ja schön haha ich glaube das mit der mine und so das ach ja mein ja dann leuchte ich jetzt einmal hier unten nur aus weil wird hier keine Monster nämlich hinter spawnen nur problem ist ach so kann ich eigentlich mit machen ähm wir äh ich muss da erstmal runter finden ich finde die ja nicht mal und tschüss und tschüss wie und tschüss ja guck mal ob du noch aufnimmst du hast gesagt du hast nicht so viel festplatten platz frei weil ich hatte fast 500 frei und das ist nur noch 100 übrig ich nehme noch auf ja so jetzt müssen wir einfach nur noch von ach scheiße ich müsste ich müsste nur von außen die verbindung machen eine verbindung ne von außen sollte man auch reinkommen das wäre ganz hilfreich die türen gehen jetzt auch von außen auch sogar mit per Hand auf ja das wäre ja nicht als schwieriger ach hier hat man ja runtergebuddelt genau 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 ich glaube ich bin richtig ähm ja juhu jetzt schmeiße ich erstmal alles was ich nicht brauche hier rein nein äh den braucht man Steg braucht man auch Pfeile braucht man Dirt äh nehme ich mal mit Butt lassen wir hier Schaufel braucht man Bogen Eisenschwert lassen wir hier äh Schaufel mal mit was los ich muss jetzt gerade überlegen oh was ömmst du da rum ich muss jetzt gerade nur mal gucken Eben wo ich dann jetzt hier die Trittöffnung machen muss so ach so ähm da brauche ich wieder zwei Pressure Plates zack 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 eins zwei passt mal kann ich eigentlich hier wieder zu machen dann müsste das eigentlich auch von außen funktionieren theoretisch die Türschaltung ja ja die eine funktioniert ach ja ja ich weiß wo der Fehler liegt na dann kämpf mal mit rum nee das ist kein kämpfen das ist kein kämpfen das ist schnell gemacht zack 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 und zack so ähm einfach hoch bitte ja oh und schon funktioniert's sehr schön Eisen nur jetzt so bleibt zu geht doch und ein bisschen Kohle können wir auch noch mitnehmen hier das komische ist nur warte die Türen öffnen sich aber die gehen auch immer wieder auf das sollen sie nicht die sollen schon zu bleiben weil äh so ist schlecht dann können sie wieder aufgehen wo liegt dann der Fehler jetzt gerade ich weiß es nicht ich auch nicht ganz ehrlich du bist doch das Spezi hm 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 ich weiß nicht wo er gerade so